Die Webseite ist dabei ein sehr wichtiges Tool, um Spender zu akquirieren, sie zu motivieren und sie zu halten. Viele haben aber nicht viel mehr als einen einfachen Text- und Spendenformular. Mein Name ist Jürg Weigel. Vor 15 Jahren habe ich das Unternehmen Karo 3 ins Leben gerufen. Wir bieten Beratung, Design und Webdevelopment an. Wir haben uns genau auf die eben diesen genannten NGO-Stiftungen und Vereinen spezialisiert, auf deren Bedürfnisse und auch Kunden aus der Politik im Bereich Klima, Umwelt und Gesundheit. Wir werden uns heute hauptsächlich auf die Webseite konzentrieren und Fundraising allgemein, das heißt SEO und Social Media Marketing, kratzen wir nur an. Worum geht es beim Fundraising? Beim Fundraising geht es um das geplante Beschaffen von Ressourcen innerhalb eines bestimmten Zeitraums für ein bestimmtes Ziel, damit eine NGO halt wachsen kann. Zu diesen Ressourcen zählen Geld, Zeit, Arbeit, aber auch Sachspenden, aber Geld ist natürlich das Relevanteste, weil das halt die flexibelste Art der Unterstützung ist. Wofür spendet man? Menschen spenden nicht für Anlässe, Menschen spenden anderen Menschen, die sich für Anlässe engagieren. Das heißt, man spendet quasi den Organisationen mit ihren Fundraisern, weil man an sie glaubt, weil man halt Vertrauen hat in ihr Engagement. Und dieses Engagement, diese Begeisterung aus der Organisation, das ist quasi das wichtigste Tool quasi für die Spendenstrategie. Wenn man das nicht hat, hat man auf jeden Fall ein Problem. Man muss halt ziemlich überzeugend das auch kommunizieren können, was quasi sein Ziel ist und wie man das erreichen kann. Ansonsten ist es halt schwer, Unterstützer zu finden. Ja, NGOs leben halt vom Engagement, also vom philanthropischen Grundgerüst. Gemeinsam sind wir stärker, das ist natürlich wichtig für die gesamte Gesellschaft, dass man sich halt hilft und halt unterstützt. Aber solche Lösungen zu schaffen, sind natürlich harte Arbeit. Ja, auch wenn die zunehmende Anzahl an gemeinnützigen Organisationen erstmal nach einer positiven Nachricht klingt, weil man offensichtlich mehr Verständnis hat für Missstände und sie auch besser wahrgenommen werden, ist es aber natürlich auch ein Nachteil, weil es dadurch auf jeden Fall auch bei NGOs mittlerweile viel Konkurrenzkampf gibt. Das heißt, mehrere NGOs haben quasi dieselbe Zielgruppe, haben quasi dieselben Themenbereiche und ziehen quasi die Spender in verschiedene Richtungen. Dadurch gibt es auch bei NGOs halt eine Sterblichkeitsrate und nur die wirklich erfolgreich quasi Fundraising Mittel erwerben können, also besorgen können von den Spendern, haben halt quasi noch eine Chance zu überleben. Wie man das alles macht, worauf man quasi achten sollte, darum geht es dann heute. Ich zeige euch ein paar Tipps für eure Kunden oder falls ihr eine eigene NGO habt. Das ist quasi das Programm für heute, wie man mit Storytelling überzeugt, was muss ich bei den Inhalten beachten, was gibt es über Zielgruppen zu sagen, Spender halten und Danke sagen, Kampagnen, Spendenoptionen und wie setze ich das in Joomla um und Testen, Optimieren, Überprüfen. Was meine ich mit Storytelling? Mit Storytelling meine ich, dass die Seite der Inhalt quasi wie der Plot einer guten Geschichte aufgebaut sein soll. Man muss halt den Leser quasi emotional mitnehmen können und dafür braucht man halt einen roten Faden, der durch quasi den Inhalt läuft und das zeige ich jetzt anhand einer Beispielseite, Element für Element, was quasi, wie man so etwas beispielhaft aufbauen kann. So, zuallererst wird über die Problematik geredet. Man stellt da, warum das so ein dringendes Problem ist und ja, was daran alles so schwierig ist. Dazu benutzt man dann noch zusätzlich Fotos, um die Situation emotional aufzuladen. Hier im Beispiel halt eine Katze, die hungrig ist, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und deswegen sich halt auf den Computer schmeißen muss. Der Interessent kann sich also durch dieses Bild besser in die Situation hineinversetzen. So grausam aber der Missstand natürlich ist, man sollte nicht mit Schockbildern arbeiten. Das Problem ist nun deutlich, das Problem ist nun deutlich, und jetzt nimmt die Geschichte eine Wendung. Es kommt ein Held, der quasi eine Lösung für dieses Problem hat. Er hat quasi Vorschläge, wie man das Problem beenden kann oder wie man es verbessern kann und begeistert quasi den Leser mit seinen guten Taten. An der Stelle kann man schon den Interessenten mit der ersten Aktion abholen. Mit der ersten Aktion abholen, das könnte jetzt schon ein Spendenformular sein, aber es lohnt sich auch an der Stelle vielleicht eine Petition oder eine Aktion zu bewerben oder auch einfach so etwas wie, schreibe deinen Abgeordneten, um halt quasi die Unterstützer mitzunehmen und ihnen noch mehr Möglichkeiten zu geben, als einfach nur zu spenden. Dadurch stehen dann halt mit der NGO mehr in Verbindung und können sich besser mit der NGO dann auch identifizieren, wenn sie da halt schon mehr gemacht haben, als nur Geld zu geben. So, danach geht die Geschichte weiter. Na, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Na, die andere Richtung? Nein. Entschuldigung. Da stehe ich mich. Bin ich do? Nein. Na gut. Ja. Nun geht die Geschichte halt weiter. Es werden verschiedene Wendungen aufgezeigt. Die sind halt auch wichtig, um zu zeigen, okay, der Held, die NGO, hat schon mehrere Erfolge in dem Bereich gemacht. Und es gibt dann halt verschiedene Handlungsstränge schon, in die man auch näher reintauchen kann und auch sich vielleicht für diesen Handlungsstrang selber engagieren kann. als nächstes lohnt es sich, lohnt es sich, lohnt es sich, lohnt es sich, nochmal mehr Erfolge aufzuzeigen, glückliche Gesichter strahlen dem Besucher entgegen und zeigen, ja, es macht alles Sinn, es hat, es gibt Erfolge und dadurch hilft es, den Besucher quasi zum Protagonisten zu machen und ihn zu motivieren, quasi das Happy End zu erreichen, nämlich das Spendenformular. Entscheidet er sich dann quasi zu spenden, kommt er zum Abspann, erstmal ein Dankeschön, was sehr, sehr wichtig ist an dieser Stelle. Dann gibt es Zitate und Geschichten von anderen Personen, die auch zu Helden geworden sind und gespendet haben und um ihn zu sagen, ja, du hast ja an der Stelle alles richtig gemacht. Und so, sodass der Spender quasi sich an der Stelle nicht fragt, war das jetzt sinnvoll, dass ich diese Summe gezahlt habe, sondern er soll halt wissen, ja, das war sehr sinnvoll, dass du das gemacht hast. Und das Einzige, was er überlegen sollte, ist, okay, was kann er noch machen? Wie zum Beispiel, das an anderen Leuten teilen, seine Freunde dazu zu motivieren, auch zu Helden zu werden. Und sofern er das nicht sowieso schon mit dem Spendenformular gemacht hat, sollte er natürlich jetzt auch Interesse haben, an der Geschichte weiter dran zu bleiben und zu erfahren, wie es weitergeht. Hat er einen anderen Fall aufgenommen und ist quasi an den Spendenformular vorbei, kommt quasi ein ganz ähnlicher Abspann, aber mit einer ganz anderen Aussage. Hier sagen die Zitate, andere Personen waren an der Stelle auch, sind aber einen anderen Weg gegangen. Sie haben an den Epos geglaubt, sie haben an den Kampf gegen den Missstand geglaubt und haben sich halt hier anders entschieden. Außerdem führt man dann am besten Fall auch nochmal in der Nähe des Formulars nochmal die Siegel auf, die halt wie Medaillen an der Brust gezeigt werden und sagen, hey, du kannst uns vertrauen. Und zu guter Letzt sagt man danke. Danke, dass du wenigstens darüber nachgedacht hast. Und dieses Danke kann dann halt auch nochmal dazu führen, okay, vielleicht geht er jetzt doch nochmal etwas wieder höher und spendet vielleicht doch noch. Und sofern er das nicht macht, sollte er wenigstens jetzt Interesse haben, am Ball zu bleiben, wenn er so weit gekommen ist. Und weil das nicht alles ist, was auf einer Webseite ist, füllen wir noch den HIDA-Bereich aus. Hier gibt es einmal den ganz wichtigen Spenden-Button. Dieser Spenden-Button ist quasi immer an derselben Stelle bei jeder NGO. Er ist immer oben rechts in der Ecke, immer groß. Und es führt halt zu einer Seite, die dann oftmals ein abgespecktes Menü hat und halt keine Ablenkung mehr hat. Also es ist quasi nochmal eine zusätzliche Spenden-Seite. Dann gibt es natürlich noch eine Navigation und eventuell vielleicht auch noch einen Shop, wo man quasi Merchandise kaufen kann, was natürlich super ist, weil dann sind das quasi Leute, die quasi für die NGO werben und sie haben gleichzeitig über den Kauf von Produkten ja auch die NGO unterstützt. Was müssen also Fundraising-Websites? Fundraising-Websites müssen Bewusstsein schaffen für das Problem. Sie müssen Möglichkeiten geben der Beteiligung, damit mache ich halt nicht nur das Spendenformular. Sie müssen auf jeden Fall Vertrauen schaffen. Da kann man halt Berichte benutzen, eventuell rührselige Geschichten, Zitate, Testimonials, die angesprochenen Siegel, aber auch ganz wichtig Jahresberichte. So ein Jahresbericht, der halt offenlegt, wo sind denn die Gelder hingeflossen, was wurde damit gemacht, welche Projekte konnten damit umgesetzt werden. Das sind halt wichtige Tools, um Vertrauen zu schaffen und ohne Vertrauen geht es halt nicht. Dann muss es natürlich Möglichkeiten geben, in Kontakt zu bleiben. Da ist der Newsletter, da sind die Social Media Marketing Kanäle. Und emotional muss er mitgenommen werden. Also Bilder und Videos, die dementsprechend passen. Was kann man zu Fundraising-Texten sagen? Sie müssen natürlich authentisch und emotional sein, das ist klar. Wie schon gesagt, schockiere nicht, sondern bewege den Leser. Zeige auch, dass es Auswege gibt, dass es Lösungen gibt. Und wenn man quasi eine rührende Geschichte hat in seiner NGO, sollte man die auf jeden Fall auch mitverwenden. Und also irgendeine kleine Anekdote kann halt helfen, den Interessenten zu erklären, warum das alles so wichtig ist. Und ja, dann halt schreibe kurz, damit es auch gelesen wird. Schreibe einfach, damit es auch verstanden wird. Und schreibe bildhaft, damit es auch im Kopf bleibt. Umgehe gerne das Wort Spenden. Das ist vor allem interessant, wenn man halt einen Newsletter-Aufruf macht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Newsletter-Aufruf mache, in Betreff, wo groß Spenden draufsteht, ist das nicht so schön. Dann sollte man lieber sagen, wie mithelfen, unterstütze uns. Und solche Sachen funktionieren da besser. Ja, dann lohnt es sich auch hin und wieder wohlklingende Worte auszudenken für Dauerspender. Also, dass man nicht Dauerspender nennt oder Mitglieder, wie das oft getan wird, sondern in anderen Wörter verwendet, wie Held zum Beispiel. Gibt es aktuelle Ereignisse, sollte man die auf jeden Fall verwenden. Aktuelle Ereignisse helfen halt noch mehr, sich in die Situation hinein zu versetzen. Und ganz wichtig, habe ich zwar auch schon gesagt, aber die Wirkungslogik muss klar dargestellt werden. Also es muss klar sein, wie die NGO das erreichen kann mit den Sachen, die sie macht. Ohne das geht es nicht. Jetzt gucken wir uns mal ein Spendenformular an. Ein Spendenformular sollte halt schön kurz und knapp sein. Es sollte natürlich die Bezahlmethoden haben, die man benötigt für die jeweilige Zielgruppe. Es ist quasi die wichtigste Seite, weil es halt das Ziel der Donor Journey ist. Und hier sollte man Beitragsvorschläge benutzen, immer drei im Schnitt, weil es halt die Tendenz zur Mitte gibt, sollte man da darauf achten, dass es dann auch dementsprechend passende Beiträge sind. Also der Durchschnitt wird wahrscheinlich bei den 20 Euro halt bleiben. Und deswegen ist es sinnvoll, hier eine passende Spende in Summe zu nehmen, als auch eine Summe zu nehmen, die realistisch ist. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendetwas Kleines nur mache und habe da quasi 100 Euro in den mittleren Kasten und der dritte Kasten sind dann 300 Euro, das wird wahrscheinlich weniger gut funktionieren. Dann braucht man natürlich auch das Feld für den eigenen Beitrag, was auch manche NGOs machen. Sie schreiben direkt hin, was kann man mit den Beispielsummen auch erzreichen. Das ist natürlich super, weil dann man halt sagen kann, man weist halt während des Spendenformulars nochmal dadurch hin, worum es geht und was man damit erzielen kann. Das halt viel, viel bringt, aber auch wenig irgendwas bringt. Spendenformulare sind in der Regel eigentlich in näheren Schritten aufgebaut, damit sie halt erstmal einfach sind und man erstmal anfängt, sie auszufüllen. Das heißt, diese ganzen Formularfelder für die Adresse, für die Spendenquittung, für die Datenschutzerklärung, das befindet sich halt alles im zweiten Schritt. Sollte es mehr als zwei Schritte gehen, sollte man dann anfangen, aber auch es anzuzeigen, wie viele Schritte es sind, sonst sind sie irgendwann gefrustet. So, dann gucken wir uns mal Statistiken zur Zahlmethoden an. Hier sehen wir, der Großteil spendet über Paypal, aber auf der rechten Seite sieht man halt, sind aber auch die kleinsten Summen, die über Paypal reinkommen. Dafür sind SEPA-List-Schriftverfahren halt besonders erfolgreich mit höheren Summen. Das liegt halt daran wahrscheinlich, dass die jüngeren Menschen eher Paypal benutzen und noch nicht so viel Geld haben. Die Statistik ist leider etwas älter. Ich weiß aus eigenen Erfahrungen aber, dass die Kreditkartenbezahlungen bei, nach meiner Erfahrung, auf jeden Fall zurückgegangen sind. Also ich glaube, das sind nicht mehr 19 Prozent, das wird weniger sein mittlerweile. So, Zielgruppen. Nur wer seine Zielgruppe gut kennt, kann halt optimal sie ansprechen, sich dafür halt Zeit zu nehmen und wie schon in anderen Vorträgen heute gehört, Personas dafür zu erstellen, ist besonders wichtig. Um sich halt besser in die Zielgruppe hineinversetzen zu können, als auch quasi seine Inhalte nochmal damit überprüfen zu können, ob das so passt. Da das aber jetzt den Zeitrahmen sprengen würde, gucken wir uns hier wieder nur die Besonderheiten im Thema Fundraising an. Fangen wir mit der jüngeren Zielgruppe an. Das ist jetzt eine Seite, die eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchte. Das erkennt man relativ einfach an dem Logo, aber auch an der Farbgebung oder den schicken Bildern. Bei jüngeren Zielgruppen hat man halt die Problematik, dass jüngere Zielgruppen nicht ganz so beständig sind und halt öfter nochmal ihre Organisationen, für die sie Geld spenden, wechseln. Außerdem haben sie in der Regel halt noch nicht so viel Geld und spenden halt kleinere Summen. Aber der Vorteil einer jüngeren Zielgruppe ist, sie ist halt besonders aktiv im Internet und man kann sie dementsprechend recht gut in Social Media Kanälen halt abholen. Jetzt hier in dieser Facebook-Seite von Sea Shepherd ist halt dann auch wieder interessant zu sehen. Hier haben sie dann auch wieder Merchandise, wo man quasi auch über das Kaufen von Produkten unterstützen kann. Bei kleinen Organisationen sind die jüngeren Zielgruppen relativ wichtig. Im Schnitt kann man sagen, 50% der Spendeneinnahmen bei kleineren Organisationen kommen von jüngeren Zielgruppen. Das heißt, hat man eine kleine Organisation, sollte man wahrscheinlich auf die jüngeren achten. Geht man zu einer etwas älteren Zielgruppe, kann man davon ausgehen, dass sie pauschal gesagt halt wie gesagt mehr Geld haben. Jede dritte Person in Deutschland spendet Geld. Laut einer Statistik spenden unter 40-Jährige im Schnitt pro Jahr 290 und über 65 pro Schnitt im Jahr 860 Euro. Da sieht man mal den gewaltigen Unterschied. Wenn man also sich für eine ältere Zielgruppe entscheidet oder das Thema dazu passt, man kann es ja nicht frei entscheiden, kann man dementsprechend mit höheren Summen rechnen. Was man hier an dieser schönen Seite sehen kann wieder, wir haben die emotionalen Bilder, die aber nicht schockieren. Wir haben wieder oben den markanten Button. Wir haben, wenn man jetzt hier runterscrollt, haben wir quasi den Akkordeon-Effekt, wo man dann nochmal sehen kann, dass selbst 50 Cent pro Tag etwas bewirken kann. Und das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, mit den schöneren Wörtern, hier reden sie von Patenschaften und Chancengebern anstatt von Mitgliedern. Und das klingt natürlich sehr viel schöner. Ich sage sehr viel lieber, ich bin ein Pater oder ich bin ein Chancengeber, als ich bin ein Mitglied. Das hat natürlich eine ganz andere Wirkung. Ja, würde man diese Seite verlassen, das ist jetzt nur ein Screenshot. Kommt dann auch nochmal ein Pop-up, der quasi nochmal eine kostenlose Broschüre zur Patenschaft bestellen lässt. Ist natürlich auch eine nette Idee, wenn man das Budget hat für diese Broschüren. Dass man sowas macht, weil wenn dann so zu Hause eine Broschüre rumliegt und man ständig daran erinnert wird, dass man da ja vielleicht eventuell noch was machen kann, ist das natürlich sinnvoll. Bei den noch älteren Zielgruppen kann man halt mit den höchsten Einzelsummen rechnen und man kann hoffen darauf, dass sie auch Teile ihres Erbes quasi spenden. Was natürlich sehr relevant ist. Bei älteren Zielgruppen muss man aber auch sagen, sie spenden hauptsächlich den großen NGOs, den bekannten NGOs. Und man muss auch wieder an die Bezahlmethoden denken. Bei älteren Zielgruppen lohnt sich tatsächlich Flyer-Kampagnen mit einem Überweisungsschein drin. Lohnt sich eher als Paypal zum Beispiel manchmal. Also an solche Sachen muss man halt gleich mitdenken. Auch wieder eine sehr schöne Webseite mit allem, was man sich vorstellen kann. Hier gibt es etwas mit Aktualität. Hier werden auf die verschiedenen Spendenmöglichkeiten hingewiesen. Hier noch mehr Aktualität. Die Zitate, die quasi darauf hinweisen, dass andere das auch getan haben oder was sie da lebt haben. Hier haben wir ein Newsletter-Formular. Hier noch mehr Belege für ihre gute Arbeit. Und am Ende kommen dann halt die üblichen Siegel. Also die ganze Seite ist quasi gut optimiert da drauf, zu sagen, ihr könnt uns vertrauen mit euren Spenden. Guckt man sich die Zielgruppen spezifisch an vom Thema her, sieht man hier, humanitäre Hilfe ist das Hauptthema, für das gespendet wird, auch immer noch heute. Also das ist, glaube ich, eine Statistik von 21. Aber auch Tierschutz ist natürlich ein wichtiges Thema, für das auch mittlerweile immer mehr gespendet wird. Umso spezifischer das Thema ist, umso schwieriger ist es natürlich, Spender zu finden, die passen. Aber umso mehr hat man auch dann wiederum die Chance, dass es treuere Spender dann am Ende werden. Nun kommen wir zu dem wichtigen Bereich, Spender halten und Danke sagen. Wo sehr viele leider schwächeln. Ein überzeugendes Danke direkt nach der Spende ist absolut wichtig. 80 Prozent, also eine Faustregel sagt, dass 80 Prozent der Spender halt für 20 Prozent des Spendenvolumens sorgen. Und umgedreht 20 Prozent der Spender für 80 Prozent des Spendenvolumens sorgen. Und da sieht man halt, wie wichtig es ist, dann auch die Spende auch halten zu können und Spender glücklich zu machen. Als erstes ist natürlich die Danksagung, also das Dankschreiben, meistens per E-Mail und vielleicht auch nochmal zusätzlich per Papier. Beinhalten sollte es halt das Danke, eine Begrüßung quasi in der Organisation, damit auch eine Zugehörigkeit vermittelt wird. Sie sollten da ihren Ansprechpartner kennenlernen und verschiedene Möglichkeiten für die Zukunft auch aufzeigen. Man sollte ein schönes Foto oder noch besser ein schönes Video vom Team mitliefern, wo es dann quasi sich persönlich im Video bedankt dafür. Dabei ist dann wichtiger, dass das Material quasi authentisch wirkt und nicht so wichtig, dass es qualitativ hochwertig ist, das Video und das Bild. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich die Spenderlisten, die auf der Webseite gezeigt werden können oder bei manchen YouTube-Formaten, die man auch schon kennt, dass sie im Abspann des Videos gezeigt werden. Bei Großspendern lohnt es sich da auch nochmal ein bisschen mehr zu investieren. Sie natürlich persönlich anschreiben, ihnen vielleicht mal eine besondere Veranstaltung für Großspender organisieren. Dann gibt es natürlich die Plaketten, die dann irgendwo angebracht werden am Gebäude oder man bekommt eine Kinderzeichnung von einem Kind, was man quasi unterstützt hat. All das hilft halt, um den Spender am Ende zu halten, ihn zu zeigen, wie seine Spende halt gewertschätzt wird und wie wichtig quasi seine Spende halt war. Ja, am Ende ist es wie immer wichtig zu sagen, was damit erreicht werden soll. Das wiederholt sich immer wieder, damit quasi er halt wirklich auch dieses wohlige Gefühl bekommt, dass etwas Gutes getan hat mit der Spende. Es lohnt sich auch, eine Dankes-Mail nochmal nach ein paar Wochen nochmal rauszuschicken, wo man dann quasi darauf hinweist, was in der Zwischenzeit mit dem Geld passiert ist und beziehungsweise, ja, was in letzter Zeit gemacht wurde. Spender sollten auch mal direkt angeschrieben werden oder sie aufgefordert werden zu ihrer Meinung. Das kann über die Webseite halt funktionieren oder über Newsletter. Oder man macht es darüber, gerade bei, also das ist natürlich das Ideale, man schreibt sie direkt an über den Social Media Kanal, dann fühlen sie sich halt gewertschätzt, sie sehen, dass ihre Meinung relevant ist und das hilft halt auch nochmal, eine Verbindung zu der Organisation aufzubauen. Und wie auch vorhin schon gesagt, tu Gutes und rede drüber, sie aufzufordern oder ihnen es einfach zu machen, quasi das zu teilen, die Organisation ist natürlich auch wichtig. Kommen wir kurz zu Newslettern und deren Besonderheiten. Bei Newslettern sollte man nur eine Aktionsaufforderung machen, die darf man aber gerne öfter wiederholen in dem Schreiben. PS ist ziemlich wichtig, also für mich zumindest, weil das PS halt häufiger gelesen wird als der eigentliche Text. Und wie immer erzähle vor den euren Erfolgen. Dann kommen wir zu dem Bereich Kampagnen. Kampagnen sollten langfristig geplant werden, so drei, fünf Jahre ist da keine schlechte Zeit. Hier sollten in verschiedenen Phasen unterschiedliche Formen und Aktionen gemacht werden, um halt auch interessant zu bleiben bei der Kampagne. Dabei ist es halt auch wieder die alte Regel, definiere das Ziel smart, also spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und terminiert, damit man am Ende auch sehen kann, hatte diese Kampagne einen Erfolg, macht das Sinn, nochmal so eine Kampagne zu fahren oder muss man etwas in der Zukunft ändern, ansonsten kann man ja die ganze Zeit Kampagnen machen und die bringen nichts und man arbeitet sich nur kaputt. Kleine Kampagnen, also quasi Werbeaktionen sind natürlich auch immer sinnvoll, wo man quasi sowas schreibt wie, wenn jetzt alle unsere Leser nur 1 Euro spenden, dann können wir dieses Ziel schon dann und dann erreichen. Sowas ist auch sinnvoll. Jetzt schauen wir uns nochmal Statistiken an, die zeigen, wie gut sowas funktioniert. Da wurde gefragt, warum habt ihr gespendet? So, und ganze 17,8% zeigen, sie sind zur Spende gekommen, weil sie einem Spendenaufruf gefolgt sind. Und 4,4% kann man beinahe auch schon mitnehmen, weil sie haben spontan gespendet, was ich denke, da ist vielleicht auch etwas in der Zwischenzeit gelaufen, weshalb sie spontan auf die Idee gekommen sind, für die NGO zu spenden. Gucken wir an, woher kamen denn die Spender? Dann sieht man natürlich, Suchmaschinen-SEO ist super wichtig, aber man kann jetzt schwer sagen, vielleicht hatte die Person auch einfach nur den Organisationsnamen gegoogelt, weil er nicht wusste, ob es eine DE.com oder eine Org ist und ist quasi dann auch nur ein direkter Aufruf. Dann haben wir natürlich die Direkteingaben und dann kann man sehen, ganze 11,2% kommen über Social-Media-Kanäle, bevor sie spenden. Und wenn man hier die Zahlen zusammenzieht, sind das ganze 7,2%, die quasi über Werbeformate wie Werbebanner und Google Ads gekommen sind. Und 2,7% kann man sehen, Punkt zu kommen über E-Mail-Marketing. So, wenn man sich jetzt anschaut, wo stecken denn die Organisationen ihre Ressourcen rein, dann in der Statistik mit verschiedenen Größen von Organisationen, da sieht man aber, diese 11%, die ich gerade erwähnt habe für Social-Media-Marketing, sind hart erkämpft, weil das meiste an ihren Ressourcen stecken sie in Social-Media-Marketing rein. Das relativiert so ein bisschen die Sache wieder. Und wenn man dann sich anschaut, welchen Social-Media-Kanal, dann ist es Facebook. Auch hier wieder wahrscheinlich, weil die Zielgruppe, die am relevantesten ist für Spenden, halt sich eher auf Facebook befindet. Es gibt nicht nur die einfache Spende, sondern es gibt auch noch andere Formen der Spenden. Hier gibt es halt die Einzelspenden, die Dauerspenden und so weiter. Wir schauen uns das jetzt hier auch wieder nochmal anhand von Beispielen an. Als erstes schauen wir uns die Navigation von WWF an. Die Navigation von WWF ist deswegen ganz nett, weil sie quasi ein bisschen zeigt, die klassische Spendenpyramide. Das heißt, wir haben einmal hier in der ersten Spalte den Interessenten, der halt eine einfache Spende macht. Dann haben wir ihn hier zu einer Dauerspende, zu einem Mehrfachspender gemacht. Und am Ende der Pyramide kommen wir hier an, zu den Großspenden und am Ende zum Erblasser. Wenn man sich jetzt, wie gesagt, verschiedene Spendenmöglichkeiten anschaut, hat C-Shuppert wieder eine nette Übersicht, an der man einiges sehen kann. Hier haben wir halt wieder die normalen Dauerspenden. Dann haben wir hier die Spendenurkunden. Das sind quasi mitunter die Gründe, warum Dezember der spendenreichste Monat ist, weil man halt gerne mittlerweile auch Spenden verschenkt. Und dann haben wir hier Amazon Smile. Und wir haben noch etwas weiter darunter. Indirekte unterstützen. Amazon Smile ist quasi Painless Giving, nennt man das. Weil es tut den Spender nicht weh, quasi darüber zu spenden, weil er wollte ja sowieso was bei Amazon kaufen. Und Amazon spendet ja über Amazon Smile, da kann man ja auswählen, an wen das dann gehen soll. Er spendet dann halt an C-Shepard den Fall. Oder hier bei der indirekten Unterstützung, hier ist es ein Painless Giving, weil er quasi über einen Affiliate-Link den Stromanbieter wechselt. Und quasi C-Shepard hier die Provision dafür erhält, dass er über ihren Link quasi den Stromanbieter gewechselt hat. Dann gibt es Kryptospenden, ob das für euch relevant ist und sich der Aufwand da lohnt, muss man sehen. Dann gibt es die Wishlist, das ist quasi die Sachspende, die C-Shepard auch ganz pragmatisch gelöst hatte über eine Amazon-Wunschliste. Und dann haben wir hier wieder die Testamentspenden. Testamentspenden war etwas, was früher total Tabuthema war und mittlerweile ziemlich direkt und vielleicht sogar offensiv auch beworben wird, wo quasi extra Newsletter rausgeschickt werden, die nur darauf hinweisen, ob du nicht dein Erbe spenden möchtest. Und ich finde, da muss man noch, ich würde immer noch sagen, man muss da mit Fingerspitzengefühl rangehen und nicht zu direkt werden. Aber es ist natürlich eine sehr schöne Spendenoption. Einmal, weil natürlich da höhere Summen möglich sind, aber auch, weil halt der Spender selber halt weiß, okay, über seinen Tod hinaus hat er noch was Gutes getan. Nun kommen wir zu den Joomla-Tools. Wie setze ich das um? Wie man den Content am besten aufbaut, ich glaube, darüber braucht man nicht zu reden, dann ist da das Spendenformular. Das Spendenformular, viele Kunden wollen das über die Tools ihrer Bank abwickeln. Da gibt es quasi zum Beispiel von der GLS oder der Bank für Sozialwirtschaft gibt es halt extra Formulare, die man quasi nur einbinden braucht und fertig. So, wenn man das nicht möchte, ist für mich RS Forms ein sehr interessantes Werkzeug, weil man mit RS Forms sehr viele Möglichkeiten hat, flexibel für kampagnen-spezifische Formulare anzulegen und auch während der Kampagne immer wieder neue Formulare machen kann, die dann halt auch nochmal die Spendenoption mit drin hat. Da gibt es auch verschiedene Bezahlmethoden bei RS Form. Man muss aber ein paar Zeilen Code schreiben können, um quasi Dauerspenden über Paypal zu ermöglichen. Das muss man auch wissen. RS Form hat natürlich keine automatische Spendenquittung und hat auch keine schönen Diagramme, wo man sehen kann, wie viele sind in diesem Modus eingegangen. Möchte man quasi so ein Rund-und-Paket haben, gibt es momentan nur zwei Komponenten, die den Sprung zu Joomla 4 geschafft haben. Das ist einmal Joom Donation, der Platzhirsch, und JGIF. Mit Joom Donation habe ich in der Vergangenheit gearbeitet unter Joomla 3. Ich weiß nicht, was sich jetzt geändert hat, vielleicht bei Joomla 4. Aber bei Joomla 3 war ich nicht begeistert von Joomla Nation, weil sie zum Beispiel bei Mehrsprachigkeit nicht auf Joomla Standard setzen und auch etwas unflexibel waren in der Anpassung für meine Bedürfnisse. JGIF habe ich mir bisher nur von außen halt angeschaut. Ist auf jeden Fall eine Komponente, die sich lohnt zu betrachten und die ich auf jeden Fall beim nächsten Mal, bei der nächsten Möglichkeit nutzen möchte. Man kann tatsächlich übrigens auch J2Store zu einem Spendentool umwandeln, wenn man das möchte. Also das kann man auch. Habe ich auch schon mal gemacht. So, und dann kommen wir zu AC-Mailing. AC-Mailing ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Tool für mich, weil mit AC-Mailing kann ich sehr erfolgreiche Newsletter-Kampagnen halt starten. Ich kann dort einstellen, dass er nach, wenn jemand halt gespendet hat oder sich angemeldet hat für den Newsletter, dass er halt erst mal eine E-Mail bekommt, in drei Monaten nochmal eine E-Mail bekommt und ich kann dort extra Felder anlegen und wenn ich quasi die Spenden einhole über RS-Form, kann ich automatisch diese extra Felder befüllen. Das heißt, ich kann quasi die Felder befüllen, ist das jetzt hier ein Großspender oder ist das ein kleinerer Spender, welches Bezahlmethode hat er verwendet und kann dann quasi die Spender danach filtern und quasi für sie eine extra Spendenkampagne rausschicken. Ja. Genau. So, dann gibt es nochmal zwei Hinweise, die ich geben will an der Stelle. Das ist einmal Portale wie betterplace.org. Das ist quasi ein Portal, worüber man halt seine, ja, eine Aktion zum Beispiel einstellen kann und darüber können dann, über die betterplace.org-Seite können dann euch Leute spenden oder der Organisation dann halt spenden. Warum sollte man das machen? Ganz einfach, Leute, die bei betterplace.org sind, um herauszubekommen, wen möchten sie ihr Geld geben, die sind halt bei betterplace.org und solange ihr nicht selber auch bei betterplace.org seid, werden sie euch nicht finden können. Es gibt dort sehr viele verschiedene Portale für verschiedene Zielgruppen. Wer da noch mehr Interesse hat, da kann ich auch nochmal auf ein paar hinweisen. Auf jeden Fall lohnt es sich da auch nochmal zu gucken, was passt zu einem. Dann gibt es kostenlos von Google, Google Ad Grants, da bekommt man 10.000 US-Dollar für Google Ad Kampagnen, jeden Monat, solange man eine gemeinnützige Organisation ist. Das heißt, man muss in Deutschland eine eingetragene gemeinnützige Organisation sein, das beantragen und dann hat man halt Geld, mit dem man quasi werben kann. Nun kommen wir schon zu meiner letzten Folie. Am Ende bei jeder fertigen Webseite, eine Webseite ist nicht fertig. Man sollte immer gucken, was kann ich noch verbessern an einer Webseite, was kann ich noch testen, was kann ich noch überprüfen, wo gibt es noch etwas rauszuholen. Da gibt es verschiedene Sachen, gerade ein Thema Fundraising, also zum Beispiel zu gucken, welcher Twitter-Tweet wurde mehr geklickt und wie mache ich das? Also natürlich kann ich sehen, wie viele sind über Twitter gekommen, aber ihr müsst auch darauf achten, dass ihr quasi diesen Twitter-Tweet ein extra Attribut zum Beispiel hinten ran hängt, dass ihr quasi, wenn er dann auf den Banner geklickt hat, auf eure Spenden-Seite kommt, das Attribut, dann, wenn es zum Beispiel erst Forms ist, kann ich das automatisch quasi in ein verstecktes Input reinpacken und wenn er dann spendet, kann ich quasi sehen, aha, das war dieser Aufruf und dann kann ich halt sehen, welche Aufrufe funktionieren, welche Aufrufe funktionieren nicht. Dann lohnen sich halt ganz klare, normale Statistiken, aber auch AB-Tests sind halt immer sinnvoll. Auch hier wieder AC-Mailing. AC-Mailing bietet AB-Tests halt von Haus aus an. Dann gibt es halt verschiedene mögliche... Werden wir, da komme ich gleich zu. Ach so, okay. Ja, AB-Tests, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das in Joomla implementieren kann. Man kann die Banner-Komponente zum Beispiel dafür nutzen, wenn es um einen Aufruf gibt. Aber es gibt halt auch noch, ja, es gibt halt auch noch andere Möglichkeiten, aber die bedeuten dann halt immer vielleicht noch mal ein, zwei Zungen, Zeilen-Code. Zumindest löse ich alles damit, dass ich halt mir selber was schreibe. Genau. Und dann kommen wir jetzt zu den Nutzerverhalten studieren und den Wärmebildern. Es gibt quasi so Wärmebilder, wo du, also es gibt Tools, du kannst ein Plug-in installieren, zum Beispiel bei Matomo. Matomo ist ein Begriff. Da kannst du dann, kannst du sehen, wo war der Cursor besonders viel von dem Besucher der Webseite und wo hat er viel geklickt. Das heißt, du kannst sehen, wo klickt denn der Nutzer, auf was klickt der Nutzer. Und du kannst halt auch Aufzeichnungen machen, Videoaufzeichnungen machen. Und das ist auch sehr spannend, wenn man quasi sich ein paar Dutzend Videos anschaut und sieht, aha, der Besucher stolpert immer über diesen Pop-up und findet den Schließen-Button zum Beispiel nicht. Oder er scrollt an einer bestimmten Stelle und pausiert und scrollt gleich wieder hoch. Dann weiß man, okay, irgendetwas sucht er gerade. Also es lohnt sich diese Aufzeichnungen mal. Wie bitte? So ein Usability oder was? Genau. Naja, es ist ja theoretisch alles Usability, worum es heute beinahe geht. Also es ist, dass man halt guckt, funktionieren halt die Sachen und die kann man es noch besser optimieren. Ja, ein anderes Plug-in, wo man solche Videoaufzeichnungen machen kann, ist zum Beispiel Hotjar. Ja, das war's. Möchte ich erstmal mich bedanken für euer Zuhören. Habt ihr noch Fragen? Ja? Besser gesagt, emotionale Bilder ja, aber keine Schockbilder. Ich habe mich gefragt, ob es da Untersuchungen dazu gibt, Auswertungen. Ich kann mir vorstellen, dass es die gibt, dass auf einem gewissen Punkt, wo Bilder zu krass werden, es denkt ja jetzt an Massentierhaltung, an der Nachtung oder sowas, oder Kriegsszenen, dass das dann tatsächlich Spender eher wegbringt vom Spenden, weil es zu hart ist, weil es zu schlimm ist, als dass sie dann jetzt zu Hause untersuchen? Ja, also es gibt auch viel, also ich kenne keine direkten Untersuchungen, keine Statistiken dazu, aber ich weiß, wie man damit umgeht. Man geht es gerade darum, einfach seine, seine Klientel zu bewerben, benutzt man halt schon eher auch mal Schockbilder und die harten, bösen Fakten, weil man weiß, sein Klientel, die kennen das, die sind ja gerade ihr Klientel, weil sie sich damit beschäftigen und die wollen halt die, die bösen Informationen auch erfahren. Geht es aber um eine breitere Kampagne, die quasi die Allgemeinheit bedienen soll, dann verwendet man tatsächlich, verwendet tatsächlich dieselbe NGO keine Schockbilder mehr, so dass sie quasi sagen, ich bin da auch skeptisch, weil, also ich, es gibt eine Organisation in Berlin, die quasi sich in U-Bahn stellt und ein Laptop aufklappt, Train to Change, die dann quasi Videos zeigen von Schlachthöfen und dabei Sachen erklären, wie das so abläuft. Und da kann man schon sehr sehen, dass die, dass die Leute können natürlich nicht fliehen, das ist das Praktische in der U-Bahn, dass sie quasi, in der fahrenden U-Bahn. In der fahrenden U-Bahn, ja. Und dass die Leute, es gibt natürlich Leute, die aufstehen und weggehen. So, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute und meiner Meinung nach mehr Leute, die davon halt bewegt werden, die dann halt wirklich gerührt sind von der Situation, weil sie normalerweise die Sache ja versuchen auszublenden und wenn sie damit konfrontiert sind, sehr interessiert sind und dann halt auch nach dem Flyer fragen sogar. Also deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob man nicht auch ruhig ein bisschen ehrlicher und ein bisschen offener mit den bösen Informationen umgehen kann. Aber ich weiß, dass es trotzdem in den großen Organisationen eher so gehandhabt wird. Klientel, die harten, bösen Informationen, breite Mehrheit, eher seichtere Bilder. Wie zielführend ist das, transparent zu arbeiten, und das die Spendensumme angeht. Es werden halt die Spenden viel 10.000 Euro und da Grafikdaten stellen, wie weit man ist und das wollen wir dazu erreichen. Ja, ich bin da tatsächlich sehr vorsichtig bei solchen Sachen, weil es natürlich eine sehr negative Aussage hat, wenn man es nicht erreicht. Deswegen, sofern man nicht weiß, dass man das auch erreichen kann, würde ich, glaube ich, von solchen Sachen absehen. Weil es kann natürlich auch, wie bei Wikipedia dazu helfen, zu sagen, naja, jetzt macht mal, wir brauchen noch ein Stückchen. Und auch Compact hatte auch letztens rausgeschickt, dass sie von diesen Millionen Nutzern, die sie quasi haben, quasi fast keine Einnahmen haben und ein großes Problem damit haben. Also, es lohnt sich auch, damit tatsächlich offen umzugehen. Ja, mir wird das Endeschild gezeigt. Ich bin auf jeden Fall auch so noch für Fragen zu haben. Ich weiß nicht, ob einfach weitermachen. um 18 Uhr ist die Veranstaltung von dem Amt. Okay. Wie spät? Ach, Applaus Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall.